Und Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Rocket League mit dem bunten Ab, dem Maschum, dem Mr. Peeper und dem Ray und dem All Rampage natürlich auch, bevor ich mich vergesse will ich noch kurz sagen. Und natürlich den Pader. Obwohl er eben die nächste Folge versaut hat, möchte ich nochmal sagen. Der Mann hat so viel rausgeholt, 2000 Chancen machen können. So viel wie ich da hinten gehalten habe. Ja schon. Und immer wieder nach vorne geschlagen. Also ich hatte in der Runde gerne in meinem Team gehabt. Scheiße, wir sind gerade am Tor. Ja, das habt ja wohl jetzt hier versaut. Ja, der Maschum ist über das Tormann, oder? Ja, klar war es Tormann. Ja, aber ihr wart weit hinten, da wart ihr vorne. Ja, ihr müsst dann schon ein bisschen gucken. Sollen wir schön den Pader wegschieben. Ja, der Maschum ist auch noch bei uns. Ja. Habt ihr verkackt, ihr beide. Zusammen. Ja. Im ersten Tor, nur dass es weiß, wenn ich gleich zur Sau machen kann. Ah, noch nicht. Ah, noch nicht. Immer noch Mushroom. Komm, Peeper, spring rein. Ach, gut, dass der Pader neben was im Tor ist, ne. Da kann man die nicht zur Sau machen. Ja. Alter. Sehr schön. Scheiße. Ihr habt anders geklafen. Entschuldigung. Der Pader gerade weggestupst, dann ging der Ball ins Tor. Ach. Ich weiß. Ich hab Verbindungsprobleme. Nur für der Pader macht sich ja immer selbst zu Sau, wenn er verkackt ist. Nice. Also er macht, da finde ich immer andere zu Sau, wenn er verkackt, hab ich so verstanden. Dap du, stop, da. So wie mich vor, ja. Dap du, 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 dap du. Dap. Genau. Gut. Was du weißt, was ich meine, ist Linser, Ja, aber wir können es uns nennen. Oh, Simon! Oh, jemand ist ausgetimt? Ah, der hat jetzt rausgehauen irgendwie. Ne, mach keinen Scheiß jetzt, ich brauche dich, Alter. Lass dich nicht mit Arnold allein. Lass dich nicht mit Pana allein. Ach, scheiße. Ja, war es nicht. Nice. Hier ist es keiner vor. Was machst du denn, Alter? Ah, der geht daneben. Der Tormann ist völlig überbewertet, habe ich gehört. In allen Sportarten. Fußball, Handball. Braucht schon Torwart. Vor allem im Handball in der Europameisterschaft wurde ja bewiesen, dass der Tormann von Deutschland eigentlich total überfüßig war. Ohne den hätten sie es auch geschafft. Ups. Dumm. Dumm. Ah. Ah, fuck. Leute. Ja. Pit. Ah, fuck. Oh, ja. Oh, jetzt. Ja, ich habe keinen Boost. Ipa. Ist keine Entschuldigung. Ja. Sonst fährt ich gar nicht schnell genug. Doch, in dem Fall schon. Ja. Sehr schön. Kommt in die Mitte. Ganz blöd. Oh, wie er nur einfach nach oben fliegt. Ah, fuck. Nein. Ja. Danke. Nice. Fahrschirm. Nice. Leider falsche Seine. Und. Zack. Da macht er mir den rein, ey. Den hätte ich nicht besser machen können. Das war gut. Er springt da am Ball vorbei. Oh, geil. Fuck. Oh, shit. Ah, kacke. Kann gerade keine Wellabwehren. Jetzt wieder. Kann keine Wellabwehren. Kann keine Wellabwehren. Oh. Piep up, piep up, piep up, piep up. Jawoll. Ja, habe ich. Nice. Schön. Ray. Schön ausgespielt. Ach, fuck. Scheiße. Oh, fuck. Danke, Pader. Gut versucht. Also gut, lieber. Bist du was immer lustig ist? Wenn Pader frustriert ist und sich mega konzentriert, ist immer ganz still. Ja, aber er muss doch sagen, sein Team muss noch mit mega Handicap spielen, ja. Einmal spiel er mit mir und dann spiel er auch noch einmal ohne mich. Ray. Kriegt aber dafür keinen Ersatz. Vorsicht. Ja, ja. War alles geplant. War eine Finte. Ja. Entschuldigung, Ray. Ray, Ray, Ray. Nice. Ach, scheiße. War der für dich? Ja, ich muss halt noch mal ein bisschen üben mit dem noch höher springen. Ray. 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 Der hat mich eiskalt an der Seite, ey. Was weiß mit dir? Machst du mehr mit Stress heute, oder? Farn. Der war gut. Jo, das war mein Fehler. Was war das gerade? Hä? Da hat gerade auch mal was im TS gesagt, oder? Die TS-Stürmer. Hast du gerade geleckt irgendwie im TS? Ich weiß nicht. Ja, ich bin hinten. Komm, Ray. So läuft's. Oh. Oh. Oh, scheiße. Nice. Hey. Das ist doch überhaupt mein Fehler. Haha. Das ist ja noch angeschubst. Das ist ja auch mega gut. Und dann kommt er mal den und schubst ihn mal. Ich dachte, er kommt doch von da oben schon rein. Ich bleib hinten. Ja. Kommt ihr zwei. Ray bleibt erstmal still. Ja, Ray bleibt wieder im Internetproblem. aber warum auch immer ich bin jetzt also ich weiß Das war aber Sackhaares breit, ey. Jetzt! Komm! Ja! Nein! Der wär rein, vielleicht? Nein, der nicht geholt. Nice, okay. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass Blau öfters gewinnt. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass ich immer verliere. Fliegt aber nicht an mir oder so, ne? Natürlich. Ne, am Gangster liegt das rein. Shit! Auch wenn der nicht da ist, liegt am Gangster. Oh, sorry! Nein! Pader, Pader! Oh, sorry! Was passiert? Das gibt es nicht! Arnold trifft jeder die Latte. Achso, na gut. Bei uns läufts. Nein! Scheiße! Oh, sorry! Ich hab's nicht gesehen, dass du noch kommst. Ja, das passt doch. Eigentlich bin ich der Arsch. Oh, nein! Scheiße! Für dich, für dich! Fuck! Nice, Ray! So läufts, ja? So, Leute, das war jetzt der Höhepunkt. Jetzt hat er dicke Fresse, ey. Da liegen sie einfach mit dem Führer und hat er dicke Fresse. Das ist doch normal. Der psychologe schickt nichts Führung, ja. Ihr fahrt! Wir können ja gar nix! Wart mal, bis der Maschum mal wieder hinten ist, dann klopfts gleich. Ach, komm! War das denn? Nein! Es kommt ja vorher gleich. Alles klar, kein Problem. Also, mit dem hab ich gar nicht gerechnet. Da könntest du so gut gar nicht erstellen. Guck mal, wie schön zurückfahr und Maschum fahrt. Ach, Mann, ey. Jetzt musst du wieder gut spielen. Ich dachte, ich kann mal wieder eine Runde chillen. Das war Zufall. Aber sah geil aus, ja. So sieht's nämlich aus. Okay, ich benutze meine rechte Hand auch noch dazu. Oh, ich will da gehen. Was hast du denn derzeit mit der rechten Hand gemacht? Will ich das wissen? Den kleinen Willi mit euch. Ich will echt nicht wissen. Was hat die für Ververs? Er hat seine Steuererklärung ausgefüllt, natürlich. Richtig. Keiner zum Tor, Leute. Wer ist Tor, Mann? Ich nicht. War schon bestimmt. Ja, mit Sicherheit. Ich bin Tor. Ich bin, ich bin nach Seite gestartet. Somit bin ich frei von allen Pflichten. Baby, was machst du? Ja? Was machst du da? Boah, schießen gleich. Hab ich gehört. Der kommt so stark. Ja, schade. Sorry. Was ist das wert? Mushroom? Deiner. Mushroom? Deiner. Nice. Wir gehen mal kurz auftanken. Oder auch nicht. Habs verpasst. Nice, Dada. Nice, Dada. Bitter, Bitter, Bitter. Bitter, 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 Bitter. Schön, Dray? Dray ist der Mann für sowas. Boah, Fick. Aber für sowas. Oh, 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 oh. Nice, Dada. Dada, nice. Da traut man ihm einwahl, dass er trifft und er trifft und das Ding natürlich nicht. Erstmal Pifa wegschubsen und rein. Wäre ich gesprungen, hätte ich es vielleicht noch abwehren können. Sorry, sorry, Leute. Wer ist hinten eigentlich? Ich bin hinten. Ich rach sie alle weg. Das ist auch eine Taktik. Nice, brother! Nice! Schön drüber geschossen. Hast probiert, hast probiert. Immer loben, ne? Das ist die Padderteam-Taktik. Aber ich habe mich verinnerlicht. Der darf doch auf der Tadel, wenn der Licht macht. Das überlebt der Junge schon. Yes! Da vorne, Ray, schön. Oh, ficken. Äh, natürlich nicht. Jungs? Ja, Ball kommt. Ray? Das war scheiße, Ray. Was war scheiße? Ach was? Super. Da vorne dran. Voll die Finte. Das gibt jetzt den perfekten Konder. Tor? Ich geh noch hin. Oder auch nicht. Keiner schinden von uns. Oh, super. Super. Ja, Maschum. Ah, kein Busbär. Er hatte einen Job. Ach, komm. Aber das war eine Fimpe. Nein, das war ein Problem. Du hast einen Job. Du hast einen Job, Mann. Oh. Free Willi. Leo, 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 Leo. Yes. Upsnacker. Wenn ich nicht der Beste im Team bin, nach Punktzahl, dann können wir nicht gewinnen. Läuft grad nicht so, ne? Easy Game. 4-1. Ich bin hinten. Ich bin hinten. Ich bin hinten. Ja, also Leute. Wir machen jetzt einfach 5-0. Dann haben wir auf jeden Fall gewonnen, würde ich sagen. Ach, shit. Ja! Ja, 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 ja. Schön. Aber war denn? Immer schön. Aber war schön, Simon. Ja, ich dachte. Ich kam aber noch drunter dran. Ich dachte, ich bremse ihn einfach ab. Kann sie nicht mehr schießen. Unter dem Truppen gehen sie runter. Ich merke das. Komm damit gar nicht mehr. Ah, kein Bus. Ist aber trotzdem vorbei. Und... Pieper weggehauen. Er darf nicht weiterfahren. Mitte. Komm. Immer da. 10 Schuss, nein. Die meisten sind 9. Perfekt. Vorgelegt. Fast. Alter, dumme Pieper immer, gell? Hast du was gegen mich? Kommt der ja gleich hin, ey. Los, Paschum, jetzt go. Schön vorgelegt von mir. Nice. Schwarzer Kack. Ja, ja, ja. Sehr schön. Da war der Wichtige im Weg. Ah, Pieper. Ab. Ja, nehmt euch alle mit. Du, wir hatten günstige Mitfahrgelegenheit. Nein, Alter. Hör auf. Ah. Pieper. Ich treff gerade keinen Ball. Ihr trefft gerade wirklich gerade. Ach, komm, ey. Alles muss man selber machen. Und du kriegst den Befreiungsschlag. Der Pferde war an mir vorbei. Einmal. Ich torsch gerade leer kurz. Nee. Nice. Komm, du. Nein. Oh, so schuld. Ja, kann ja mal passieren. Was ist hier los? Ich seh nix. Ich wusste nicht. Ich kam nicht richtig dran. Ich dachte, vielleicht kommt von hinten jemand. Three, two, one. Easy win. Das heißt. Easy game. Halt die Fresse. Es ging übrigens. 1-1. Nee, nicht. 5-4 ging's aus. Nee, ist fertig. 5-4 gewonnen. Ja, man soll immer aufhören, wenn's am schönsten ist. Also, dankeschön fürs Zuschauen, liebe Leute. Daumen nach oben nicht vergessen. Und seid auch das nächste Mal wieder dabei. Wenn's heißt. Rocket League mit dem Gewinner-Blau-Team. Ja. Lust. Raid ist sogar bereit, Alter. Ja, aber jetzt gibt's ne neue Folge, oder? Machen wir nicht eigentlich drei Runden, weil wir haben ja die letzte gewonnen. Und ihr ja jetzt die gerade. Boah. Deswegen müsst ihr ja jetzt noch eine kommen. Alles klar, bei der Abmoderation richtig am Arsch. Weiter geht's. Haben jetzt alle schon abgeschaltet. Es tut mal leid, jetzt guckt ihr jetzt keiner mit. Ja, genau. Ihr fahrt. Ihr fahrt. Ich hasse euch. Ach. War wie so ein Pader im Weg, ey. Maschum. Pader, zurück ins Tor mit dir. Ja, du darfst mich nicht wegschieben. Ja, vor allem bin ich's wieder. Ja, Pader, wenn er im Tor ist, geht der in die Tor, ne? Oh, der kommt scheiße. Ohhhh. Der hat den Außenpfosten. Ah, kacke. Der ist da vorne. Pader? Was denn? Pader ist ein Tor übrigens. Dürft ihr nicht vergessen. Ich bin wieder hinten. Ja, genau. Pader? Ja, ich geh da vorne. Pader? Ja. Ja, ich bin da. Pader. Pader, zurück ins Tor mit dir. Weil mich das Ganze eigentlich nicht interessiert, ne? Nein! Aber so aus Prinzip. Ja, das war schwierig. Du musst so viel Tempo aufbauen und den dann noch in die richtige Richtung lenken. Das ist zu viel für mich. Wow, Pader! Kommt, jetzt! Ah, kacke. War zu schnell. War einfach zu schnell. Scheiße. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Das ist ja gerade weg. Das geht ja gar nicht, was ich gerade versucht hab, ne? Nicht sogar. Ach, Gott. Stell dich mal auf. Nein! Aber meine Nase juckt. Ich muss, ich kann das nicht. Pader! So! Wie der Pader wieder vorfliegt! Ja, weil ich... Ja, natürlich! Das ist, das ist, das ist, äh... Alternatives Spiel. Oh, da hat mich einer grad voll weggerammt, ey. Der Pieper hier. Ja, extra. Oh, du dreckst auch. Ja. Du! Haha, warum? Weil du denn geblockt hast. Oh, Pader auch richtig drauf. Was willst du denn, Alter? Lieber Pader! Hau weg, Pader! Ey, wir kommen wieder vom blauen Weg ab. Wir müssen, müssen uns jeder gegenseitig bisschen loben. Ha? Das hat Funk... Voll gut Funk schon hier. Alter, Simon, nicht schlecht. Der war nicht schlecht. Ja, es ist... Ey, nicht die Gegner loben, Mann! Hahaha! Ich konnte auch mal sagen. Der war doch... Nein! Nein! Der wär rein! Nein! Der wär rein! Ab macht safe, würde ich sagen. Er macht safe! Jetzt mach sie rein! Oh, Ray! Du hast die perfekte Vorlage, du... Ja, Mann! Was soll der Geiz? Macht euch jetzt nicht immer fertig, nur weil ihr im Team Rot seid. Man kauft dem Pader mal so ein Panzertape und tapet den in den Mund zu, ey. Was ist, Ray? Ein Pader-Tape? Wow! Ein Pader-Tape, genau. Hallo, nicht mich wegschießen. Ach, kommt, ey! Das hat's was angeboten, nicht wegzukommen. Das gibt's nicht. Ich weiße, flieg doch mal aufs Tor, du scheiß Ball. Alles... Alles finden wir. Von einer Frau. Oh, Torch, Leerbach! Nicht mehr! Ey, da kann die angehen mir. Nein, 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 nein! Haut rein, Bitches! Nein! Nein! Ja, egal. Retry hier. Ja, okay, man sieht's. Oh. Ja, noch ist er, noch ist er. Hab ihn. Naja, sprich! Alles bleibt so, wie es ist. Ich will da nicht dran rütteln. Wunderbar! Schön, machst du ihn jetzt da vorne. Ich bin so schnell! Tor ist frei! Oh! Nice! Was? Wie konnte ich den jetzt... Ach, scheiße. Das war noch von Maschum, das wäre mir doppelt so feinlich. Guck mal, schön ausgetanzt. Ich selber und den Ball. Und die Gegner. Easy! Ihr fahrt. What? Ich hasse was. Das erlebe ich auch echt selten. Aber wenn, dann rufst du her. Ich fliegere erstmal durch die Ball. Verarsch mich. Da muss ich treffen. Da muss ich treffen. Da wäre der nervös. Ich hab aber auch kein Tor. Aber kein Boost. Ich hab einfach kein Tor. Ey, ich hab einfach kein Tor. Ey, ich hab einfach kein Tor. Da gab's kein Tor. Das war auf einmal weg. Oh! Sorry! Oh! 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 Da geht noch was. Scheiße. Aber die Zweite hätten wir halt auch machen müssen. Scheiße! Ich hab einfach lassen sollen. Sorry. Scheiße! Ihr fahrt! Ihr fahrt! Das war richtig Banane, was wir da abgezogen haben. Jungs! Alter! Ray, was hast du denn? Das geht ja jetzt gar nicht. Ich stand da schon. Und ich konnte mich da nicht äh... Ray! 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 Ja, was denn? Nein! Habe ich keinen Boost natürlich an der Stelle, um ein bisschen höher zu springen. Leeres Tor, oder? Nein, 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 nein. War es nicht leer? Jetzt! Ray! Nein! Wunderbar! 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 Alles gut! Man muss sich gar nicht so... Man muss sich gar nicht so kaputt machen. Wuuu! Zack! Und da braucht der Ray wieder rein. Da war das! Schön engelig. Ja. Schönes kurze Eck, ja. Oh Mann, völlig überfordert. Ich bleib hinten. Hier geht vor. Easy game! Easy game! Ja. Aber die Innenrichter gibt's noch nicht. Da schläft wieder mal. Hallo! Er hat schon gesoffen und sieht Schlangenlinien. Boah, jetzt hätte ich eigentlich Vorfahren. Oh, boah! Scheiße! Alle blockieren dich da! So, liebe Leute, ihr soll immer aufhören, wenn's am schönsten ist. Ihr könnt einfach... Ach, ganz einfach. Mushroom schneiden. Einfach das, was ich davor gesagt habe. Einfach jetzt da dran. Genau. Und dann sind wir durch. Danke fürs mitmachen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Danke schön, ciao! Ciao!